Mal spielen als Glück mit den DoD-Dudes. So, los geht's ja. Ein Doodle-Dye ist bei dir im Team, also bitte. Okay, da schauen wir. Mal sehen, ob er die Türe aufmacht. Ja, genau. Ey, aber die Ace ist gar nicht mal so blöd auf Nahkampf. Was ist denn eigentlich mit diesem Soundbooster, der da im Discord gepostet wurde? Das Ding ist bestimmt übermächtig. Two enemies at school. Two enemies at school. Zwei wollen in die Schule. Ja, okay, das sind, ja. Zwei Profis wahrscheinlich Schule. Ja, ja. Weiß ich nicht. Sind nur zu zweit, ja. Die haben nicht so einen wunderschönen Fallschirm wie ich. Ich sag mal, habt ihr Bundschirme oder habt ihr normale? Normal. Normal. Alle normal, ja. Das bist du, Rez. Ja, ja. Erschreck mich nicht so. Lila, du hast doch gesehen, dass ich hinter dir runterkomme. Schnee hab ich nicht. Wir sind, ähm, weil das macht echt einen Unterschied, glaube ich, ob du Bundschirme hast oder nicht, weil die kommen dann unbedarft rübergepusht und kriegen dann auf die Hucke. Auf die Fräs. Du musst mit Akzent aussprechen. Auf die Fräs. Wenn ich jetzt die Amber wäre, ey, dann hättest du schon dir was anhören können. Welche Amber? Du kennst die Amber nicht? Nö. Leider nicht. Nicht so schlimm. Oder zum Glück. Ja. Das hast du gesagt. Ich bin genobbt. Nö. Wie schade. Kann einer hochkommen? Ja, ja, ich komm. Oder echt? Es sind zwei Gute in der Schule. Das ist echt gut. You know? You know? You know? Rein, 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 rein. Ich hab Zeit. Es reicht, es reicht, wenn einer den Soldier wiederholen. Ich kriege hinter das Haus damit die Schule. Die Dings. Die Schüler, nicht nerven. Ich bin dahinter, dahinter, ja, genau. Und dann geht es gleich um die Dings. Aber die wissen jetzt, dass wir ein echtes Team sind. Der eine ist auf den Dach. Ja, aber ich brue erst mal ein ordentliches Scope. Wir müssen nach Pochinki. Pochinki? Ja. Wieso? Weil, äh, die Throne. Eine Beryllium. Beryllium. Wer schießt? Binett. Söldberg hat es ihm noch nicht verziehen. Im Tisch ist Säule drauf. Söldberg schwirrt Rache. Ja, ja, genau. Ey, die schießen zurück. Tag, Leila, zurück. Hahaha. War doch klar. Warte, warte, warte. Ich komm da rein, ich komm da rein. Ich komm da rein. Okay. Jetzt loot erst mal. Okay, ich lass es. Ich muss zwei Kopfschüsse machen. Aber du musst zweimal wiederbeleben. Deswegen habe ich gedacht, wir erledigen das gleich. Echt? Seine Tagesaufgabe. Ja, ich muss Verband nehmen. Nein, meine Tagesaufgabe sind, ähm, zehnmal Heilgegenstände plüttern. Das habe ich schon gemacht. Und drei Headshots. Einen habe ich schon. Er hat einfach ein besseres Scope als ein Holo gesehen. Nein, die... Man, fraktiere mich nicht. Der ist da oben, der guckt genau in deiner Richtung. Ja, ja, lass uns mal... Lass uns mal ein Auto auftreiben und uns hier vergrümeln. Wir müssen nach Pujinki. Da ist Achtung. Wo? Achtung vier. Krieg ich? Krieg ich? Ich hab nichts. Ich hab nicht mal ein Vierer Scope. Ich hab nicht mal eine Waffe. Wo? Vorsicht, Leute. Denkt an... Die Typen rennen immer noch auf dem Dach von der Schule rum. Oh, Achtung. Oh, danke. Hey, Lila. Was? Ich hab keins... Ich auch nicht. Gib her. Nein. Ich brauch nur noch eine Mini. Hey, Lila. Gib her. Wir brauchen ein Auto, Leute. Viel wichtiger als alles andere. Hä? Hast du einen Sechser? Nein. Ich hab auch keinen Scope. Ich kann euch einen Vierer hierher legen. Ich hab ne Sniper ohne... Ich hab ne Sniper mit nem Schrägvisier. Jetzt mal kann ich nicht spieleinfach erst mal. Wie? Wie kann ich... Normal. So. Hier Vierer Scope. Wie Lila, das kriegst du zurück. Fender. Was? Pass auf, was du sagst. Rackes Blutwurst. Ich hab die ganze Munition mitgenommen. Ich brauch Munition und Scope. Was für Munition? Sieben. Ich spiele jetzt nur noch Siebener. Nein. Hab ich nicht genug. Wir brauchen ein Auto, Leute. Tauschst du hier in 24? Ja, ich hab ne M24. Doch, jetzt hab ich genug. Hey, Lila. 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 Tauschhandel. Was? Vier. Da? Degen. Jetzt warte, ich muss zur Rest. Ey, ich hab jetzt Kumpf für dich. Jetzt warte, ich muss... Sag für einen. Bender, was für einen hast du? Sixth time. Na, dann kommst du mir, dann tauschen wir. Habt ihr gesagt, wir tauschen. Gut, wo bist du? Ich muss zur Rest. Ich muss die Mini im Haus suchen. Ja, ich hab den 6. Oh shit, ich hab den... Ja, ich hab den Dings wieder gemarkiert, den... Wer schießt? Hey, 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 geh weg, geh weg, geh weg. Wieso? Wer wartet? Irgendwo schießt er. Da ist die Mini, Lila. Irgendjemand schießt auf uns. Lila, komm rüber. Ich weiß nicht, wo der ist. Im Haus, 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 Haus. Die sind im Haus. Ja, im Fenster. Im Fenster, komm. Tu mich holen. Markiert doch einfach. Ja, bitte. Die sind im mittleren Haus. Hier am Fenster. Die gucken zu uns rüber. Die revives gerade? Okay, alles klar. Welches ist denn das mittlere Haus? Da hat einer gerade rausgeguckt. Die sind am Haus. Rechts am Haus. Die pushen. Die kommen hoch. Ja. Zu euch, oder was? Ja. Die kommen. Hat einen Vektor, der Typ. Ach, du hin? Nee. Jetzt ist er aber erledigt. Lila hat ihn gekillt. Sehr gut. Es waren zwei. Es waren zwei. Wo ist der zweite? Aber der ist sofort gestorben. Sicher, dass da noch einer da ist? Ich war da. Da waren zwei. Einer ist zu uns hier hochgelaufen. Das heißt, einer ist noch bei euch im Haus, oder was? Nein, der ist da vor. Nee, den haben wir geplättet. Der ist weg. Okay, und wo war der zweite? Und einer ist im Haus direkt gewesen. Einer ist im Haus. Im Haus unten. Da ist er. Der hätte ich jetzt nach hinten gelaufen. Das Hausinnere. Okay, ich sehe es. Der kommt da gleich wieder hoch, weil er versucht zu fliegen. Also Hausblau, ne? Ja. Aber der wird irgendwo hingelaufen. Lila, Achtung, heilen! Hast du auf den geschossen? Wo ist er? Keine Ahnung, er hat mich gesehen. Der ist in dem Haus. Hat jemand BZ-Granaten? Ich habe... Ich sehe ihn. Er kommt drüber. Lila, er ist in sein Haus rein. Ich bin in seinem Haus. Er ist dir ins Haus. Ich bin in seinem Haus. Ey, das... Stimmt. Er ist in dem Haus jetzt. Grüner Marker. Ja, was denkst du, wieso ich um mein Leben renne? Er ist direkt in dem Haus, in dem ich bin. Mit der BZ-Granate... Oder ein C4 könnte man rausholen. Ich habe nur... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe eine Splitter. Die Zone kommt. Das ist Zone 1. Das ist noch okay. Er kommt. Er kommt raus. Glaube ich. Ich komme. Ich komme. Er ist noch im Haus. Er ist noch im Haus. Soll ich Granate reinwerfen? Lila, warte, warte. Vorsichtig, vorsichtig. Lila, äh... Soll... Äh... Reiß... Ihr schießt. Ich hole ein Auto. Ja, ja. Ich gehe das Haus nebenan und probiere ihn dann mit einer Granate rauszuholen. Hier ist doch. Okay, der ist weg. Oh, sehr gut. Ich habe hier extra Panzerfaust ausgerüstet. Hm. Äh, Auto brauchen wir jetzt. Ja, ich hole ihn. Ja, Lila holt. Lila holt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Lila, fährst du oder soll ich? Ich fahr. Versammelt euch alle an einem zentralen Punkt. Gelber Marker, treffen wir uns. Du musst kurz heilen. Hallo. Waren das eigentlich die zwei Dudes aus der... von drüben? Ja, aus der Schule, ja. Upsi, warte kurz. Ich bin gegen ein Auto gefahren. Lila, was machst du? Wir kommen zu dir. Hör auf, ich habe Angst. Hallo, ich bin nicht... Lila, ich habe... Ach, wie cool, man kann das... Los, 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 los. Ich bin aufs Auto geklettert, anstatt heranzukommen. Äh, grüner Marker, würde ich sagen, ne? Ja, warte, erstmal muss ich hier... Äh... Aus diesem Ding, Frank. Grüner Marker ist da. Achtung, nie nach hinten gucken. Hä? Wo hast du eine Granate hingeschmissen? Das war eine Spültergranate. Die habe ich dir aus Versehen ausgerüstet. Du musst so schnell wie möglich in die Zone. Eine Blendgranate. Blendet dein Gehirn und dein Verstand. Kann es nicht, weil ich aus Maschine... Weil ich eine Maschine bin. Ja, eben deshalb. Ach so. Prozenki. Buena, vita, la bella. Buena, Italia. Ach, fahr bitte nicht durch die Stadt. Ne, durch die Stadt fahren wir nicht. Oder links vorbei. Ja, ja. Ach so, ich dachte gerade... Sagt einer, der ist rausgehüpft. Ey, Leute, macht das bitte nicht. Was? Der einzige, der hier schlecht spielen darf, weil er eine neue Maus hat, bin ich. Jetzt kommen die Ausreden. Jetzt kommen die Ausreder. Auweia, mein Spiel stürzt. Lila, bei mir fährst du seitwärts. Bei mir auch. Seitwärts. Seitwärts. Wir fahren seitwärts. Warte, wohin fahren wir überhaupt? Grüne Markierung. Ja, ist es auf dem Berg? Ach, nö. Ich hab gedacht, es ist auf dem Berg. Ne, ne, wir müssen in die Zone rein. Ach du, ich bin da flexibel. Lila, hör mal auf. Hör auf, gegen die Bäume zu fahren. Vorsicht an dir, da könnten welche drin sein in diesen Häusern. Ich höre ein Auto. Ja, das sind ja wir. Flugzeug, ne, das Flugzeug hab ich gehört. Perfektes Park. Ja. Vorsicht, hier könnten welche sein. In die Richtung ist eine Loot Drop. Gelooted. Weiß jemand, wo so ein geheim versteckter Schlüssel ist? Jo. Wo? Mal kurz. Ich glaub, da gibt's keinen mehr in unserer Nähe, oder? Ey, das weiß ich grad nicht. Da musst du, äh, Zettböck fragen. Zettböck hat die, äh, die Karte von, von den Machern von PUBG geklaut. Nicht ich. Jemand verbannt? Hä? Hat jemand verbannt? Auf was schießt, Zettböck? Keine Ahnung. So, zwei Schutzreiche. SLR? Wo ist da einer? Zwei. Wir sind schon weg. Oh, weia. Film mir irgendwo in Ihres Anstellers. Verbannt? Verbannt? Ich hab selber wenig. Ich hab fünf, ich hab fünf, ich kann dir einen reinhauen. Ja, fünf reichen. Ich brauch vier nur. Da ist. Hier liegt Stirnsender-Pack, falls einer von euch will. Du musst nämlich verbannt nehmen. Und erweitert für Handfeuerwaffe MP. Ah, und ich muss noch Medikit nehmen. Ich muss jetzt von... Dreierwäschte. Wo ist Dreierwäschte? Hab ich ausgerüstet. Ah, sehr schön. Da freu ich mich für dich. Dreierwäschte und Dreierrücksach. Dreierrücksache. Ein paar Getränke wären nicht schlecht. Ja? Ein paar Getränke wären nicht schlecht. Ähm, was willst du? Bier, äh, Wodka. Ich hab, ich hab einen Kaffee zum Beispiel. Ja, wir sind ja alle... Wir spielen ernst. Jetzt haben wir vorhin den Dings gewonnen. Checken den jetzt. Nimmt's keiner mehr das Spiel ernst. Ja, wir müssen in die Zone. Ja, stimmt. Let's go. Ich hätte auch Lava im Angebot. Lava? Ja. Das ist, glaube ich, äußerst unnötig. Ich hätte auch heiße Patronen. Hinter uns am Auto steht einer. Was war denn das? Wer hat geschlafen, siehst du nicht? Z-Z-Z-Like. Ja. Oh mein Gott, jetzt. Soll ich fahren? Ja, kaum, steig ein. Geht Restwert. Einsteigen. Hallo, ich... Warte, äh... Ich muss... Ja, das Fenster ist zu klein. Ja, weiß ich. Oh mein Schwein. No pressure, no pressure. Was? Fuh auf. Zwei net. Okay, los geht's. Fahren. Wir fahren zu... Wir fahren zu... Grün, oder? Es sei denn, jemand hat einen besseren Vorschlag, dann gerne anders markieren. Aber ich würde gerne auf dem Berg da hoch. Ja, komm. Ich muss Lehm abbekommen. Was musst du? Ich brauche... Das ist gut, dass wir so in der Zone sind, weil... Weil du Bandagen nutzen musst. Ich gehörn dir nachher ins Bein schießen. Vor uns, vor uns, vor uns. Vor uns höre ich's. Mann, mir fehlt noch. Links von uns, glaube ich, sind welche. Jetzt hab ich's geschafft, glaube ich. Ich nehm... Ich darf erstmal heilen. Ich muss mich heilen. Rest weh, du fährst gegen den Baum. Ja, geil. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Meiner. Geil, es war noch einer. Hier war noch irgendwo einer. Ey, ich seh ihn. Wo? Er war da. Irgendwo. Lila, dreh dich mal um. Hä, wo war der Zweite? Mein Marker, wahrscheinlich. Oh, krass. Ich bin weg, bin weg, bin weg. Alter, was war das? Ja, okay, da war... Er hat alle vier platt gemacht. Uns alle vier. Nacheinander. Ey, das war ein... Das war ein Profi... Die waren zu zweit. Das waren zwei oder drei. Moment, ich guck mir die Devcam. Die waren zu dritt. Ich schau mir auch die Devcam an. Die haben uns schon beobachtet, vorher. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Der hatte Tier 4. Das ist Tier 5, glaub, oder? Ja, also irgendwas Hohes. Ja, das ist, glaub, Tier 5 sogar. Ja. Ey, der hat dich sofort aus dem Auto rausgeschossen. Alter, der hat uns alle geplättet. Ey, das ist voll ein Vollprofi. GH Jasmin 2K. Alter Schwede, okay, krass. Danke fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Das war mir eine Freude. Ciao, macht's gut. Ciao, macht's gut.